Willkommen bei Finanztuck TV. Robert Kiyosaki, Autor des bekannten Bestsellers Poor Dad Rich Dad, ist seit langem davon überzeugt, dass nur Edelmetalle wie Silber- und Gold sichere Vermögensanlagen sind. In diesem Video erklärt er Ihnen, warum Sie gerade jetzt unbedingt auf Silber setzen sollten. Bitte unterstützen Sie unseren Kanal, indem Sie dieses Video liken. Wir würden uns auch freuen, wenn Sie unseren Kanal abonnieren und die Glocke einschalten. Dann verpassen Sie keine weiteren Videos mehr. Robert Kiyosaki, Silber macht dich zum Millionär. Ich sammle Gold und Silber. Gold und Silber ist seit Beginn der Menschheit das Geld Gottes. Selbst als ich Bitcoin mit in mein Portfolio genommen hatte, habe ich immer noch Gold und Silber gekauft. Ich habe mir erst neulich etwas Gold gekauft, weil dieser Typ ein paar 10 Unzen Riegel anbot. Die sind nicht schwer zu bekommen und es wird auch immer schwieriger, ein ganzes Kilo Gold zu ergattern. Ich konnte neulich nicht einmal Silber kaufen. Was sagt uns das? Die Vorräte gehen zur Neige. Wir müssen verstehen, wie das mit dem Goldpreis eigentlich funktioniert. Stellen Sie sich vor, Sie gehen zum McDonalds und es gibt ein Menü für 1 Dollar. Dann bestellen Sie das Produkt und der McDonalds Mitarbeiter sagt Ihnen, es kostet 2 Dollar. Moment mal, ich dachte, es wäre ein Menü für einen Dollar. Ja, das ist richtig, das ist der angezeigte Preis. Aber wenn Sie diesen Artikel jetzt tatsächlich kaufen möchten, kostet er 2 Dollar. Fertig. Genau so funktioniert das mit Gold. Die Unze liegt momentan offiziell bei 1.800 Dollar. Oh, wie schön. Dann würde ich gerne eine Unze kaufen. Sehr gern, das wären dann 2.000 Dollar bitte. Moment mal, das verstehe ich nicht. Ach, und Sie werden einen Monat auf Ihre Unze Gold warten müssen. Warum ist der offizielle Preis dann nur 1.800 Dollar? Nun, das ist nur der manipulierte Preis, den wir momentan niedrig halten. Aber wenn Sie tatsächlich eine Unze wollen, liegt er etwas höher. Bei Aktien kann man Preise einfach manipulieren. Bei Gold und Silber ist das nicht so einfach. Ein Beispiel hierfür war die Aktion von Robin Hood und Reddit. Die hatten sich erfolgreich gegen eine Hedgefonds-Kampagne gewährt, die das Ziel hatte, die GameStop-Aktie gegen die Wand zu fahren. Die vielen Kleinanleger hatten gewonnen. Dann versuchten sie dasselbe mit Silber. Und das ging schief. Sie konnten sich nicht mit einem Markt anlegen, der von den ganz großen Spielern beherrscht wird. Tesla, Apple, Toshiba, Microsoft. Sie verwenden alle Silber und hielten die Preise künstlich niedrig. Deshalb ist meine Message an alle Idioten da draußen, die noch US-Dollars oder Pesos oder Yen oder Euros sparen. Wacht endlich auf und denkt um. Ich konzentriere mich momentan voll auf Silber, weil es immer noch 50% unter seinem Allzeithoch liegt. Der Grund für diesen Niedrigpreis ist eine gezielte Marktmanipulation, die hier im Hintergrund passiert. Lassen Sie mich Ihnen anhand eines kurzen Szenarios erklären, wie diese Manipulation abläuft. Wenn Sie den Silberpreis auf einem Börsenpanel im Fernsehen sehen, wie zum Beispiel auf einem Bloomberg-Bildschirm, sehen Sie nicht den tatsächlichen Preis, sondern den Preis für den Kauf einer künftigen Silberlieferung, die es noch gar nicht gibt. Diese imaginäre Transaktion wird in Dollar abgerechnet, damit die Jungs in New York eine unbegrenzte Menge dieser Verträge auf dem Markt verkaufen und diese in Dollar abschließen. Diesen Vorgang nennt man Futures Market. Im Futures Market spekulierst du auf das Fallen oder Steigen des Dollarwertes von Silber. Beim Rohstoffholz sieht man das auch nicht so einfach. Da werden die Preise momentan einfach verdoppelt, damit alles, was wir kaufen und brauchen, im Preis steigt. Aber bei Metallen ist das anders. Weil es im eigenen Interesse der Regierung ist, den Preis niedrig zu halten. Und so erschaffen sie Finanzprodukte, die Futures genannt werden, um den Preis niedrig zu halten. Und das schafft den Unterschied zwischen Gold und anderen Rohstoffen. Für die Leute, die nun auf Bitcoin schwören, Bitcoin ist kein digitales Gold. Und Gold ist nicht der Standard für Bitcoin. Viele Leute fragen sich, ob sie eher Gold oder doch lieber Bitcoin kaufen sollten. Das kann man so nicht vergleichen. Das sind zwei sehr unterschiedliche Dinge und sie sollten demnach auch unterschiedlich betrachtet werden. Kryptowährungen sind ganz andere Vermögenswerte. Das ist nicht dasselbe wie Gold oder Silber. Ich rate momentan dazu, in Silber zu investieren. Denn im Moment sind die Preise für Silber niedrig. Die Silberpreise verhalten sich gerade wie ein Wasserball am Strand, den sie eine Zeit lang unter Wasser drücken und dann irgendwann loslassen. Dann fliegt er nicht nur an die Wasseroberfläche, sondern auch noch hoch in die Luft. Was die Leute verstehen müssen, niemand kauft Gold, um riesige Gewinne zu machen. Gold ist kein geeignetes Medium für schnellen Handel. Bei Edelmetallen geht es um finanzielle Sicherheit. Es geht um Schutz vor Inflation. Wie bei einer Brandschutzversicherung. Sie schließen keine Brandschutzversicherung ab, um damit Geld zu verdienen, außer sie haben kriminelle Absichten. Sie schließen eine Brandschutzversicherung ab, um ihr Eigentum zu schützen und weiterhin darauf aufbauen zu können. Es gibt also signifikante Unterschiede zwischen Silber, Gold und Bitcoin. Gutes Beispiel, einem Freund von mir ist das in Argentinien passiert. Ein sehr gebildeter Typ, extrem erfolgreich, aber leider auch schrecklich old school. Ich reiste also nach Argentinien, um meinen Freund zu treffen, der dort als Ingenieur in seinem eigenen Elektrotechnikunternehmen arbeitete. Er schwor auf US-Dollar und hatte eine Million US-Dollar auf der Bank in Argentinien. Eines Tages teilte ihm seine Bank mit, dass sie sein Geld genommen haben, einfach so, aber keine Sorge, sie würden ihm die Million US-Dollar in argentinischen Pesos ersetzen. Hätte mein Freund sein Geld im Ausland in Gold oder Silber angelegt, wäre das nicht passiert. Aber so war er der Willkür dieser Bank ausgesetzt und konnte das Land auch nicht einfach verlassen, weil die Wirtschaft zusammengebrochen war. Das war vor fünf Jahren. Ich habe vor kurzem mit ihm gesprochen und ihn gefragt, wie viel Silber er hat. Seine Antwort war, nichts? Unbegreiflich. Die Leute müssen sich heute mehr mit diesem Thema beschäftigen, damit sie die Unterschiede zwischen Gold, Silber und Bitcoin besser verstehen. Kryptos sind das Geld derjenigen, die außerhalb des traditionellen Marktes auf legale Weise schnelle Trades machen wollen. Und ich lache mich jedes Mal kaputt, wenn ich Yellen und Paul gegen Bitcoin wettern höre und Yellen sagt, Bitcoin sei nicht effizient. Ach, denke ich mir. Und, ist das Drucken von Billionen von Dollars? Ist das etwa legal? Wollen die uns veräppeln? Und Paul stellt sich jetzt hin und bastelt an einer Warnung vor Bitcoin. Sie haben also gerade die Hosen voll, weil sie merken, dass das System zusammenbricht. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Untertitelung des ZDF, 2020